Immun Elliot ist ein schottischer Schauspieler. Leben Elliot wurde als Immun Mohammadi als Sohn eines Persers und einer Schottin in Edinburgh geboren. An der University of Aberdeen legte er die Fächer Englische Literatur und Französisch als Studienfächer fest. Nach einem Jahr verließ er allerdings die University of Aberdeen wieder und studierte bis 2005 auf der Royal Conservatoire of Scotland in Glasgow. Schauspiel Nach seinem Besuch der Universität war er in der TV-Serie Monarch of Ireland in einer Folge als Danny zu sehen. In der TV-Serie Feel the Force hatte er mit der Rolle des PC McGregor eine Hauptrolle. Es folgten weitere Besetzungen in Afterlife und Alec-Clan. 2009 folgte eine Hauptrolle in der Miniserie Paradox. 2010 spielte er in Black Death an der Seite von Hollywood-Größen wie Sin Bean und Carys Van Houten den gläubigen Krieger Swire. Weiterhin war er in den Serien Game of Thrones Lip Service und im Zweiteiler das verlorene Labyrinth zu sehen. Filmografie 2005 Monarch of Ireland 2006 Feel the Force 2006 Afterlife 2009 The Clan 2009 Paradox 2010 Black Death 2010 George Gently Der Unbestechliche 2010 zu 2012 Lip Service 2011 Game of Thrones 2011 Wer a ein ganz spezieller Fall 2011 zu 2012 Threesome 2012 Prometheus Dunkle Zeichen 2012 Strawberry Fields 2012 Folgen 2012 Das verlorene Labyrinth 2012 zu 2013 The Paradise House der Träume 2013 The Ring Cycle 2013 Rubenesque 2013 Drecksau 2015 Star Wars Das Erwachen der Macht Das Erwachen der Macht